Wenn jetzt der große Crash kommt und die Aktienmärkte um 50% oder sogar mehr kollabieren, dann kann ich dir sagen, werde ich nicht diese ganze Korrektur, diesen ganzen Crash noch unten mitmachen. Denn ich bin abgesichert und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sprechen über das Hedging. Was ist das Hedging? Wie kann man sich am besten hedgen in Märkten, um große Korrekturen, große Schäden abzuwenden? Und ich werde dir am Ende dieses Videos auch genau zeigen, was machen wir selber. Was machen wir auch in unserer Börsenausbildung? Welche Hedging-Strategien machen wir für welche Fälle? Also bleib auf jeden Fall dran, wird ein ganz, ganz interessantes Video. Zunächst einmal, was ist Hedging überhaupt? Hedging ist ja auch so ein Begriff, wo viele Leute dann erstmal sagen, das hört sich so an wie Hedgefonds und das ist ja böse und so weiter. Letztendlich ist es nur eine Absicherung gegenüber Preisänderungen. Wir als Anleger denken natürlich direkt daran, wenn sowas passiert wie wieder so ein Corona-Crash oder eine Finanzkrise und so weiter, dann braucht man natürlich Hedging, dann sollte man abgesichert sein. Und ja, darum geht es auch. Das ist zunächst das Allerwichtigste. Aber generell im Hedging muss man sagen, dieser Markt, wo sich gehedgt wird gegen Preisänderungen, da sind wir Anleger eigentlich eine sehr, sehr kleine Masse. Generell sind es die Rohstoffhändler, Produzenten, Verbraucher und so weiter, die dieses Tool nutzen. Warum ist das der Fall? Naja, wenn du mal an einen Produzenten denkst, der eben in drei Monaten einen Rohstoff benötigt, ja, den selber auch nicht lagern kann oder sowas, ja, nicht vorhalten kann, der braucht den in drei Monaten, muss ihn also in drei Monaten kaufen, um dann etwas zu produzieren daraus, muss aber heute schon die Preise kalkulieren, ja, der kennt aber ja nicht die Preise in drei Monaten. Was macht der? Ja, der sichert sich eben ab und zwar sichert er sich ab vor Preisanstiegen, ja, denn wenn der Preis auf einmal ansteigt des Rohstoffes, hat der ein Problem in drei Monaten. Der kann sich also hedgen gegen Preisanstiege tatsächlich, ja. In dem Fall könnte er beispielsweise einen Rohstoff-Future auf den entsprechenden Rohstoff kaufen und selbst wenn der Rohstoff teurer wird, dann würde sein Wertpapier auch teurer werden, ja. Das heißt, Hedging ist vielmehr so bei Produzenten und so weiter angebracht und hat einen absolut sinnvollen Grund, ja. Das heißt nicht, dass ein Hedgefonds hier irgendwelche Unternehmen kaputt machen möchte und auf Däube kommen raus irgendwie Geld verdienen will, sondern Hedging ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, ja. Und wir als Privatanleger wollen natürlich auch davon profitieren, dass man sich gegen gewisse Dinge absichern kann. Und uns interessiert natürlich vor allem die Richtung nach unten. Und dazu schauen wir uns zunächst mal den Aktienmarkt an über die letzten Monate und auch Jahre, ja. Wir sehen hier den S&P 500 und wir müssen uns da fragen an der Stelle, was schadet uns überhaupt als Privatanleger, ja. Wofür müssen wir uns überhaupt absichern? Ja, ich denke nicht, dass sich in Märkten, wo hier alles nach oben läuft, wie in den letzten zwei Jahren, wir uns irgendwie absichern müssen, ja. Das wäre eher schädlich, kann man sagen, ja. Aber natürlich, wenn wir uns sowas anschauen wie in 2022, ja. Damals ist es runtergegangen um circa 27 Prozent, ja. Ja, unangenehm, ja. Oder noch unangenehmer, ja, die Corona-Krise, ja. Da ist es innerhalb kürzester Zeit um 35, 36 Prozent nach unten gegangen. Du weißt ja auch nicht zu diesem Zeitpunkt, dass sich das Ganze hier wieder erholt, ja. Also wenn der Chart entsprechend so aussieht, naja, dann ist es vielleicht ganz angebracht und für deine Nerven auch relativ schonend, wenn du eine Absicherung im Depot hast und du weißt, du kannst nicht weiterfallen beispielsweise, ja. Und ganz dicke kommt es natürlich, wenn wir hier weiter in die Vergangenheit gehen und gucken uns mal so einen richtig großen Crash an, der auch angehalten hat. Na, wenn du mit deinen Aktien hier um 58 Prozent nach unten läufst und das Ganze auch sehr, sehr lange braucht, bis es hier irgendwie wieder das Allzeithoch einholt. Das hat nämlich damals Jahre gedauert, bis das der Fall war, bis 2013. Ja, so ungefähr vier Jahre, bis der Aktienmarkt wieder das Hoch gefunden hat. Ja, dann ist das natürlich eine Situation, wo wir uns absichern wollen, ja. Die kleinen Ereignisse, wenn es mal 10 Prozent nach unten geht, da kann man sich auch absichern, aber, naja, man muss immer bedenken, Absicherung kostet auch etwas, ja. Da muss man sich nicht unbedingt gegen absichern. Die großen Ereignisse, die uns schaden, ja, und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst, ja, vielleicht bald Renten eintritt, du möchtest was von deinen Investments entnehmen, du kannst sie nicht mehr leisten, dass jetzt auf einmal die Etage runtergeht und du erst mal da unten hängst, ja, und dein Vermögen sich halbiert hat oder vielleicht sogar schlimmer noch, wenn du volatile Aktien hast, ja. Dafür brauchen wir natürlich Absicherung. Der Punkt, den ich aber gerade gesagt habe, der ist ganz, ganz wichtig, nämlich Absicherung kostet in der Regel immer. Das ist genauso wie, wenn du dir eine Versicherung kaufst, ja, und sagst, okay, ich möchte mich jetzt gegen einen Brandschaden versichern, ja, du hoffst ja nicht auf den Schaden, ja, aber du bist bereit dafür, etwas zu zahlen, dass du im Zweifelsfall dagegen abgesichert bist. Und so muss man Hedging natürlich auch sehen, so sehe ich das selber auch. Aber es gibt natürlich Strategien, da kommen wir jetzt gleich noch zu, zeige ich dir auch, welche Strategien wir da anwenden, wo du dich relativ mit wenig Kosten, ja, mit wenig Kostenaufwand effektiv absichern kannst. Ja, so wie eine Versicherung, da vergleichst du auch die Leistungen und wenn die Leistungen gleich sind, dann nimmst du das günstigere Angebot. Und genauso wollen wir das natürlich mit unseren Absicherungsstrategien auch machen. So, neben dem Fakt, dass es natürlich immer kostet, ist die große Frage, und das ist viel wichtiger als die eigentliche Strategie, wann sichere ich mich ab und wann löse ich diese Absicherung wieder auf? Das sind extrem wichtige Dinge. Wenn du diese Dinge beherrschst, ja, ist eigentlich das Instrument, mit dem du dich absicherst, komplett zweitrangig, ja, dann wird das alles irgendwie funktionieren. Die Frage ist nur, wann sichert man sich ab? Und ich warne dich, dich zu viel abzusichern, ja, denn damit wirst du sehr, sehr viel Rendite verlieren. Es gibt gewisse Fonds, die sich andauernd absichern, die stehen zwar gut in Krisen da, aber die Krise passiert halt auch nur alle acht Jahre statistisch oder sowas. Wir wissen nicht, ob sie morgen kommt, das kann durchaus sein, ja, klar, aber es bringt nicht viel, wenn du so viel Rendite lässt, dass du nach oben nichts mehr mitbekommst. Und deswegen musst du dir unbedingt überlegen, wann fange ich an, mich abzusichern und wann vor allem löse ich das auf? Denn das Problem ist, angenommen, die Märkte fallen und du sagst jetzt, ich sichere mich jetzt ab und die Märkte fallen weiter und du sagst, ja, gut, dass ich mich abgesichert habe. Und auf einmal geht es sprunghaft, das passiert oft, nachdem wir so ein Drawdown gesehen haben, wieder nach oben. Und zwar oberhalb der Basis, wo du deinen Hedge angefangen hast. Dann wirst du mit deinem Hedge Verluste machen, weil es gegen dich gelaufen ist, vom Hedge her so gesehen. Ist in Ordnung, weil du in der Zeit abgesichert warst, wie gesagt, Versicherung und Kosten in der Regel. Aber trotzdem zeigt das, oder möchte ich dir damit zeigen, dass es extrem wichtig ist, das richtige Signal zu haben. Und ich möchte dir gerne mal unser Signal zeigen, was wir zum Beispiel benutzen. Wir haben mehrere Hedging-Strategien. Ich zeige das gleich noch, die Übersicht. Und einer dieser Hedging-Strategien ist unser Signal-Hedge, den wir auch in TradingView an unsere Teilnehmer, unserer Börsenausbildung verteilen. und den siehst du hier in TradingView. Den kann man sich also hier direkt anzeigen lassen, das SL-Hedge-Signal. Du siehst, hier gibt es verschiedene Signale. Ich bin jetzt gerade im Zeitraum 2017 bis 2021. Es gibt auch Fehlsignale, wo dieser Hedge natürlich auch mal Verluste macht. Wir können nicht immer nur Gewinne machen, aber es ist ja auch eine Absicherung. Und ich habe diesen Zeitraum jetzt hier gewählt, weil wir hier entsprechend die Corona-Krise sehen, im Tagesschart. Das heißt, jede Kerze ist jetzt gerade ein Tag. Und wir haben damals in der Corona-Krise, wie vorhin schon gezeigt, circa 35% insgesamt verloren. So, die Sache ist jetzt aber, dass hier ein roter Pfeil ist. Und dieser rote Pfeil besagt, an diesem Tag hier ist unser, das war jetzt ein bisschen unschön, Moment. An diesem Tag ist unser Hedge-Signal aktiviert worden. So nach dem Motto, bitte sichere dich jetzt ab. Wie auch immer das aussehen kann. Das kann bedeuten, dass man einen Future Short geht. Das kann bedeuten, dass man seine Aktien zum Beispiel verkauft. Das ist die einfachste Art des Hedgeings. Und dieses Hedge-Signal, dieses Warnsignal, wurde erst wieder aufgehoben hier bei diesem grünen Pfeil. Also das war hier an dieser Stelle letztendlich. Das heißt, all diese Differenz, dieser ganze, der größte Teil des Abverkaufs, den hättest du hier nicht mitgemacht. Oder du hättest ihn mitgemacht und hättest zeitgleich eine Hedge-Strategie, eine Absicherung am Laufen gehabt. Und wärst hier wieder hier unten komplett eingestiegen. Das hat natürlich an dieser Stelle sehr gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Aber das ist ja auch genau die Stelle, die wir hier herausfinden wollen. Dass wir eben solche große Ereignisse haben, wo wir nur noch zugucken können. Overnight-Gaps haben von teilweise über 10% damals. Und dann sind wir hier insgesamt, wenn wir es mal messen, von diesem 35% sind wir 26% komplett abgesichert. Das heißt, man hätte hier nur einen Drawdown, hier den oberen hier mitgemacht, vom Allzeithoch, von 4,4%. Und hier unten wäre man auch nochmal runtergelaufen in der Spitze von 8%. Und das ist quasi nichts, das ist wirklich so gut wie nichts, wenn man bedenkt, dass der Markt hier innerhalb von wenigen Wochen um 35% gefallen ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern damals, wo ich mein Handy aufgemacht habe, und zwar mitten in der Nacht, weil es einfach eine aufregende Zeit war zum Corona-Crash. Und ich gesehen habe, dass der Dow Jones Future bei 11% im Minus steht. 11% vom einen auf den anderen Tag. Wenn du dann nicht abgesichert bist, naja, also sagen wir mal so, wenn du abgesichert bist, dann ist es stressig. Wenn du nicht abgesichert bist, dann ist das eine heillose Katastrophe. Also du musst auf jeden Fall dafür einen Plan haben. Und dieses Hedge-Signal zeigt, dass man sich so auch aufstellen kann mit Signalen, dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit solche Ereignisse identifizieren kann. Ganz wichtig, und das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie den Anschein machen, das ist kein heiliger Gral. Und wir haben andauernd auch Signale, wo das nicht funktioniert, weil der Crash eben nicht kommt. Und da kostet das immer ein bisschen Rendite. Das ist aber vollkommen in Ordnung, denn langfristig hätte dieser, dieses Hedge-Signal, tatsächlich über die letzten 18 Jahre, von 2006 an haben wir das quasi ausgewertet, über die letzten 18 Jahre eine positive Rendite gemacht. Ja, das heißt, mit allen Fehl-Signalen, mit den Signalen, die zwischendurch funktioniert haben, in der Finanzkrise und in der Corona-Krise vor allem, hätte dieser Hedge sogar als Strategie eine positive Performance gemacht. Das ist natürlich besonders gut. Wir stellen uns darauf ein, dass wir mit dem Hedge Verluste machen und machen letztendlich sogar einen Gewinn. Das ist natürlich ein recht schöner Effekt. So, das ist also ganz wichtig, unabhängig davon, was du für ein Signal benutzt. Du musst eine klare Strategie haben. Du musst auch wissen, wie gut dein Signal funktioniert. So, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen mehr in Richtung der Strategien, die man anwenden kann. Denn ein Signal-Hedge ist natürlich auch immer nur temporär. Und wir unterscheiden in unserer Ausbildung zwischen temporären Hedges, die also immer da sind. Ich nenne das Ganze immer Fangnetz. Ja, das im Zweifelsfalle, wenn der Markt kollabiert, ohne dass wir es irgendwie als Anzeichen erkannt haben, dass wir aufgefangen werden. Dass wir nicht 50% nach unten gehen, sondern vielleicht nur 10% oder 15% nach unten gehen. Selbst wenn es 20%, ja, immer noch gut. Ja, das sind die Permanent-Hedges. Und auf der anderen Seite haben wir temporäre Hedges, die wir eben entsprechend benutzen. So, und ich habe jetzt hier mal Folien aus unserer Ausbildung. Und da sieht man eben, welche Hedges wir hier behandeln. Das heißt, wir gehen viel über Optionen. Ja, wir haben ja zum Beispiel Long-Push-Hedges über Optionen. Wir haben einen Volatilitäts-Hedge. Wir haben einen, nochmal einen Volatilitäts-Hedge, kann man eigentlich sagen, auf Optionen basiert. Und den, den wir gerade gesehen haben, das ist unser Signal-Hedge, der wird direktional über Futures abgesichert. Das bedeutet, wenn die Märkte fallen, profitieren wir über eine Short-Position 1 zu 1 an dem Fall der Märkte. Dann haben wir nochmal eine Optionsstrategie, ja, temporärer Natur und eine Hedging-Strategie, die auf Spreads basiert. Ich kann das Ganze auch gerne mal als Übersicht zeigen, damit du auch so ein bisschen die Eigenschaften zusammen hast, ja, wie wir arbeiten, was unser Strategie-Setup hier ist. Nur im Hedging-Bereich, muss man sagen. Wir haben hier die verschiedenen Hedges, die Instrumente, die Underlyings, ja, und auch den Trigger. Ja, das ist ganz wichtig hier. Wir haben immer einen Trigger, das heißt, wir haben hier einen absoluten Notfall zum Beispiel, ja. Long-Put-Hedges, die lohnen sich in der Regel niemals langfristig. Die benutzen wir nur, wenn wirklich Land unter ist. So kann man das wirklich sagen, ja, dass wir diese Absicherung schnell reinwerfen müssen. Die sind natürlich temporär, ja. Das ist bei schnellen Korrekturen, da schützen wir uns vor. Dann haben wir hier zwei Hedges, die wir permanent, immer wieder im Portfolio aufbauen und fortpflanzen, ja. Wenn jetzt der große Crash kommt, wenn es heute quasi nach unten gehen würde, ohne Ende, ja, dann würden uns diese beiden Hedges hier absichern. So, und dann gibt es noch mehrere, die temporär wiederum sind. Das heißt, hier haben wir ein reines Signal als Trigger, das, was ich gerade gezeigt habe tatsächlich, ja. Dann haben wir hier eine Portfolio-Entschärfung, wo wir auf die Kennzahlen des Portfolios schauen, dass das eben nicht zu sehr verwundbar ist auf einer Seite. Und, ja, hier habe ich hingeschrieben, Lücken ausgleichen, ja, das ist Hedging mit Spreads, das kann man ganz gut anwenden, selbst wenn Märkte schon gefallen sind, dass wir hier nochmal gewisse Lücken zu den anderen Hedges ausgleichen, ja. So, das also so ein komplettes Strategie-Setup und das, natürlich kann ich jetzt nicht in diesem Video jede Strategie hier detailliert erklären, ja. Dafür haben wir sehr viel in unserer Ausbildung gemacht, dafür haben wir die individuelle Arbeit. Viele dieser Strategien kannst du auch erlernen, wenn du den Optionshandel kannst, ja. Und viele dieser Strategien kannst du auch nur erlernen, wenn wirklich jemand bei dir an der Seite ist und dir sagt, okay, wann, wie, welches Hedging-Instrument am besten ist. Denn Hedging ist einfach eine sehr, sehr individuelle Sache. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dir dadurch eine Idee geben konnte, wie das funktioniert, wie gut man sich aufstellen kann. Und ich sage nochmal, es ist einfach so, wenn jetzt hier heute oder in den nächsten Tagen der großen Crash kommt, dann würde mein Portfolio das nicht viel anhaben. Das wäre ein bisschen stressig, ja, aber das wäre in Ordnung, ja. Ich würde nicht komplett rausgehen, knock out. Und jetzt überleg dir mal selber bei deinem Portfolio, bei deinem Aktienportfolio, wenn das jetzt, wenn jetzt wirklich der Crash kommt mit 60, 70 Prozent Drawdown, was würde dein Portfolio machen? Was würdest du machen? Wie würdest du reagieren? Hast du eine Strategie dafür? Und wenn die Antwort Nein an der Stelle ist, dann kann ich dich nur herzlich einladen, dass wir beide einfach mal miteinander sprechen. Ja, nämlich hier oben kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch buchen, ja, und dann schauen wir mal, wo stehst du, wie bist du aufgestellt, bist du im Bereich Hedging ausreichend aufgestellt, müssen wir da was machen, oder können wir das in deinem Investmentansatz verbessern, ja, kann man in den aktiven Optionshandel reingehen, wie auch immer, ob wir dich unterstützen können, das wollen wir dort herausfinden, wie wir dich an deine Ziele bringen, ob wir vielleicht auch gemeinsam ein Cashflow generieren, ja, dass man da sagt, okay, komm, ich möchte eine Zusatzrente generieren, wie auch immer, ja. Deswegen gerne mal melden, da können wir das Ganze individuell betrachten und ansonsten, ja, hoffe ich dir eine gute Idee gegeben zu haben vom Thema Hedging, ansonsten alles Gute, viel Erfolg, liebe Grüße, dein Sebastian Legrand, ciao. Hedging ausreichend auf